Von knallbunten Stoffen berühren lassen. Unter diesem Motto stellt Künstlerin Madeleine Mesam ihre aktuellen Werke im Kult Space Münsingen aus. Auf den bunten Stoffbahnen lässt sie dabei abstrakte oder auch gegenständliche Abbildungen entstehen, die sowohl der Realität als auch der Fantasie entsprungen sein könnten. Im Kult Space möchte sie ihre Werke erfahrbar machen. Die Besucher sollen sich von den Stoffen berühren lassen, so die Künstlerin. Zu sehen sind die Werke noch einmal am 13. November von 13 bis 18 Uhr.